Könnte sein, dass das Essen endlich besser wird. Was meinst du, Tante? Ich wüsste gerne, was in dir vorgeht. Du musst ja an sehr interessante Dinge denken. Hallo, Matteo. Ich brauch dich unbedingt. Gleich nachdem du weg warst, hat sie mich nicht mehr verstanden. Du hast mich bestraft. Bitte, komm schnell. Was bitte willst du erreichen? Dass der Junge dich liebt, so bringst du ihn nicht dazu. Wirklich eine ganz tolle Strategie. Sein Mitleid wecken, damit er bei dir ist. Deswegen wolltest du, dass er mich sieht. Und worüber ich mir Gedanken mache? Tja, darüber. Das kapierst du nicht. Du hattest nie einen Freund. Ich brauche niemanden. Auch keinen Freund. Obwohl du vor so langer Zeit deine Nichte und deine Schwester verloren hast? Ich bin die Einzige, die du noch hast. Oder ist sie dein Heer von Bediensteten lieber als ich? Sprich nicht von Lily. Untersteh dich. Was bitte war mit ihr? Warum darf man nicht über sie sprechen? Soll ich irgendwas nicht wissen? Geh mir sofort aus den Augen. Sehr gerne. Aber gib mir erst mein Telefon. 走er dich. Untertitelung des ZDF, 2020